Wir sind die Gruppe IDOLCI. Schon von Anfang an unterstützen wir die Arbeit des Kinderpalliativzentrums. Wir finden es toll, was hier für die schwerkranken Kinder und ihre Familien geleistet wird. Mit unserer Musik möchten wir dazu beitragen, dass viele Menschen auf diese wichtige Arbeit aufmerksam werden. Wir wünschen dem gesamten Team weiterhin ganz viel Glück und Erfolg.